Hier sind wir wieder zu Minecraft Endzeit in unserem schönen kleinen Dörfchen, was wir hier gebaut haben, oder eher gesagt Unterschlupf, ja, also Dörfchen ist es noch nicht, ich guck mal hier unten, was bisher da gemacht worden ist, das Fade wurde schon leicht erweitert, wir haben ein Brot, wir haben ein Brot, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass das noch möglich ist, ich geh mal hoch, hier hatte ich schon jemand ganz fleißig alles mögliche gebaut, ach, das hab ich eben gebaut, oder eher gesagt letztens, in der Aufnahme noch, ja, Ja, glaube ich jedenfalls, äh, die Treppe hier muss man noch ein bisschen improvisieren, hallo, guten Tag, guten Tag, die Herren, hallo, hallo, guten Tag, der Herr, guten Tag, du Ding, du, du Ding, oh, ich bin einfach mies, ich hol mir jetzt das Brot heraus, da gucken die direkt, ey, schubst mich hier nicht rum, sonst hackt es, kann ich das Eisen benutzen? Aber wenn es drin ist, dann kannst du es benutzen, ist ja logisch, ja, gut, nee, ich weiß ja nicht, ob ihr das noch braucht oder nicht, ne, ich brauch das nicht, logisch ist hier gar nichts, ja, sicher, nachher stimmt, ja, gut, ne, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg, wir müssen nämlich mal eine Schienenstrecke, würde ich sagen, bauen, ähm, von da hinten in diesem schönen Gebirge, hier ist schon ein Zombie, hä? Oh, hier sind ganz viele Skelette, du, da gehe ich mal weit außen rum, obwohl hier ist auch eine Schlucht, das ist auch, ja, ich gehe in die Schlucht rein. Ja, dort habe ich das Eisen, hä? Nein! Ich bin schon wieder gestorben, Alter, ich mache jetzt so einen Kill-Counter. Ach, du, Herr, je. Ah, das ist eine getarnte Spinne! Nur ein Gruß, ähm, wir sind jetzt vielleicht gestorben, aber das hält mich jetzt nicht davon ab, wuiiii. Ich bin fast wieder gestorben, oder wie? Ui, ui, ui. Hier, du hinkig, ich winz. No! Nein, oh, hier ist so ein Booster, wir kommen auf, fuck, man, zu viel Booster, zu viel Booster, man, nein, wow. Okay, jetzt gehen wir mal da runter, irgendwie auch, fuck, 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 das ist tief. Gut, ich würde sagen, wir bauen dann hier unseren Steinbruch, oder vielleicht auch, obwohl hier die Höhle, das ist ja gar keine Höhle. Ich hole mir jetzt einfach das Eisen hier und gut ist. Ach, das ist jetzt Blut gewesen, da ich schon wieder gestorben bin. Ach, das hier ist eine Höhle. Ich habe einen Höhleneingang gerade freigelegt. Unter dem Eisen versteckt. Vielleicht bauen wir auch eine unterirdische Mine, aber ich würde sagen, wir verbinden das auf jeden Fall mit, ähm, Eisen. Was? Mit Eisen? Äh, nicht mit Eisen, mit, ich habe gerade an Eisen gedacht, so, was braucht man für das, was ich machen will? Natürlich Eisen. Also, wir brauchen ein bisschen Eisen für, und jetzt kommt es, eine Zugstrecke. Und zwar Zugstrecke in dem Sinne, weil ich gedacht habe, hey, wir brauchen zur schnelleren Verbindung eine Zugstrecke. Und das war schon alles, was ich gedacht habe. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Wer weiß es? Kann man auch nicht beurteilen. Ja, aber ich denke, es wird einem ganz schön helfen. Wir sind ja hier am Arsch der Welt im Prinzip, irgendwo und nirgendwo. Alles ist voller Schnee. Die Höhle ist hier schon wieder zu Ende, ne? Das ist ganz schön brutale Scheiße. Und da brauchen wir eben eine Zugverbindung, damit wir nicht ständig gehen müssen, weil, äh, das zieht hier auch schon ein bisschen Essen und sowas, ne? Und so können wir einfach einen unserer Sklavenarbeiter, die wir ernennen, werden, dann einfach da runterschicken und Ressourcen kommen, nach oben. So funktioniert das Leben, meine Damen und Herren, so funktioniert das Leben. So, ich habe schon mal wieder haufenweise Kohle gefarmt. Oh. Ah. Ha. Ha. Dein Mann, es ist halt nicht mehr. Oh, nö, es ist ein Skelett hier drin, ne? Mann, das hast du gut gemacht. Ich habe hier eine Kohle-Mine. Ah, dem Skelett bin ich noch nicht aufgefallen, oder? Ganz langsam. Nee, nee. Das hat es noch nicht gecheckt. Finde ich gut. Gut, dann können wir hier weiter unsere Kohle abfarmen, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich jetzt gestorben bin, habe ich natürlich jetzt kein Problem erstmal mit Essen. Sonst hätte ich eben ein Essensproblem gehabt, aber ich sage mal so, für alles gibt es eine Lösung, Suizid ist immer eine Lösung und damit wäre das schon geklärt. Nein, mein Damen und Herren. Was? Was? Es sind sogar zwei Skalette drin. Ja, dann würde ich mal, jetzt kommt das runter. Du Huren, so einfach, oh Mann, nur wegen dir. Du, doch mal, fuck it. Nein, shit. Stirb, du leichten Tod. Es ist klar. Mann, das ist alles nur deine Schuld. Du inkompetentstück Scheiße, Alter. Ja, natürlich. Du bist so inkompetent. Das ist einfach unglaublich. Jetzt muss ich hier wieder hierhin hoppen, weißt du? Ich, der arme Sky. Ja, jetzt bist du wieder der Arm, natürlich. Ja, Leute, habt Mitleid, Pray for Sky. Ganz nett, wie kann man denn auch, bitteschön, verfickt nochmal damit, irgendwie die Zombies reinlocken. Kurz mal real talk. Wisst, ich nenne ja nur etwas gesagt. Ah, fuck, 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 warte, fuck. Wenn wir einmal aufnehmen können, und wenn wir einmal aufnehmen, dann findet ihr die Aufnahme tatsächlich. Ja, das ist wohl wahr. Aber ich habe kein anderes Problem. Wie wollen wir den Anfang machen, wie wollen wir das machen, wie wollen wir das machen, bla, 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 bla. Ha, du hast dein eigener Mate umgelegt, du Lutscher. Tja. Da unten ist noch ein Skelett, und wenn ich jetzt runtergehe, dann sterbe ich durch Falschaden oder durch Skelett. Wieso nicht? Hä? Wieso nicht? Ne, ich, ich. Sicherlich, du gehst voll arm. Ne, ich kann nicht, wenn ich, die Frage, die sich mir nur stellt, wenn ich jetzt da runterspringe, ist, sterbe ich? Ne, 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 die Frage ist doch hier, sterbe ich zuerst durch den Fall? Oder zuerst eigentlich einen Bogen ab, oder einen Pfeil abbekommen? Einen Bogen wäre gut, aber ein Pfeil, naja. Oh Mann, ey, Leute, ich bin hier gerade... Du springst mal runter, lenkst die ab, ich springe... Obwohl ich... Ich mach das jetzt einfach. Let me... Oh! Tja, da hat sich wohl jemand gerade wohl verklickt, ne? Ja, ich glaub, der hat wohl irgendwie Internetprobleme oder was auch immer jetzt gehabt, weil... Der ist ja aus allem jetzt rausgegangen. Vielleicht hat er auch einfach sein Leben gequittet. Und, äh, na? Ich meine, im Roleplay wäre er ja wohl jetzt, ähm... Tot. Hinten ist sogar Minen-Eingang, ich glaub's nicht. Ist unglaublich, Alter. Wieso hab ich mir so jetzt eine Arbeit gemacht, hier hinzukommen? Keine Ahnung. Im echten Leben wäre er jetzt einfach verschwunden. Tja, da unten die Kohle, da unten die ganze Zeit, was ich haben will. Dann hol es dir. Alter, du Hohle! Ich kann dich auch mal ansprechen! Scheiße, wie... Komm mal, Zombies, hä? Komm her! Scheiße, wie... Hast du noch ein Eisenschwert oder sowas? Ich? Nee. Ich hab nicht mein Schwert. Äußerst problematisch, äußerst problematisch. Dann geh ich erst mal... Das wird ein strategischer... Ui, Rückzug! Strategischer Rückzug, meine Damen und Herren. Ui, ui, ui. Ha! Nennt man das jetzt nicht eigentlich feiges Wegrennen? Nein, das war ein strategischer Rückzug. Ich wollte es extra nicht so nennen. Äh... Also... Alles noch kein Problem. Ähm... Ich werde jetzt mein Zeug... Ich weh mein Zeug zurückbekommen. Ich wusste jetzt nicht, dass das wirklich so Hammer eingestellt ist, der Server. Eigentlich ist das jetzt alles Loch seine Schuld. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, wir brauchen davon... Das haben wir... Äh, na, 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 na. Also jetzt hab ich Eisen für dich, wenn du willst. Ja, dann leg einfach in die Kiste. Ich hab mir schon mal ein bisschen hier was geschnurrt. Aber da muss ich ganz nach oben laufen. Mö, 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 mö. So. Wo seid ihr? Ich werde euch bekehren. Okay. Oh, jetzt ist ein Haus. Oh, wir hatten das gebaut. Okay, wir gehen uns mal hier runter. Oh, da sind zwei Skelette, ey. Göööö. Oh, ich kann kotzen. Zwei Skelette. Gypsy ist wieder zurück. Hat den Weg zum Leben wohl wieder gefunden. stirbt ihr letzter weicht von mir ihr untermenschen und das habe ich auch nur weil ihr unter mir seid ich habe es gegeben jetzt werde ich in die offensive gehen meine damen und herren nein nein die grünen nicht mit einem herz da kann ich jetzt noch aufhalten knappe sache tatsache ist ich habe drei level ich habe ja auch immer mein zeug ist einfach die kiste ich bin auch schon wieder auf dem weg also eigentlich wollte ich diese episode mal fahren gehen so wie es aussieht ist das etwas problematischer als ich gedacht habe eine eisenspitzhacke ja glaube ich eine eisenspitzhacke gib mir die gleich wieder ich gehe gleich fahren ja ich bin von zombies eingespielt also umziehen ja kein problem ich gönne mir das jetzt gleich auf ich hole jetzt weg die kleinen wichser ich meine natürlich diese dummen zombie fischer einmal so also low damage low damage man nein ich stehe bei mir was ist gerade passiert sachen sind also weg ist das wie hast du das jetzt meine fresse ist das ein scheiß herzig jetzt kann man jemanden als schmutzhacke bringen nicht wir müssen einfach nach unten gehen und schauen ob die sachen noch dort sind du hast dich aber eingebaut ja und warte mal jetzt muss ich mir das hat es irgendwie durch den bock rausgedrückt ja 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 okay ist in ordnung jetzt tue ich mit meiner bloßen hand du dich da eingebaut sag mal ja aber ich meine alter ich muss mich jetzt hier ich muss mich mit einem stock durch den ganzen scheiß kapitel schlagen stock mit einem stock mache ich das gerade ja was weißt du wie demütig diese gesteuerung der arbeit ist jetzt müsste ich hoch hier klappe weg da lasst mich um einen stock das erledigen klopp 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 ich könnte jetzt nicht einen schmutzsacke anbieten ne ne jetzt jetzt will ich äh hier drin ist nix dort alles kein problem du das kloppen wir auch noch mit dem stock das ist nämlich der magic stock also der mädchen in den magic stock und wo ist hier oben weg und dann kommen die sachen vielleicht rund ich weiß es nicht hoffen wir es machen was ich habe mich schon recht weit hoch gebaut kann so eine spitzhacke runter bringen also schmeißt einfach nur das hier runter scheiße drauf ist die andere mine ich bin im loch hier muss ich nach unten kommen ja vielleicht sollte ich die helligkeit ein bisschen man ist das einfach nur ein scheiß ich bin so ein riesigen kann und globalen arschloch ja genau da schmeißt es aber bitte schweig nicht darunter schweiß nicht darunter ich krieg das sind ja da genau ja super erotischen heißt danke dir ja danke ich habe die sachen ja noch ein loch dies hast du das gemacht nein spaß danke dann geht mal kurz mal eine eisenspitzhacke die ist noch glaube ich nach unten ich gehe zurück hier so am liebsten du am liebsten weiß ich glaube das ist du hast das eisen nicht einmal gefahren ja doch das habe ich gefahren nein ich hatte keine ahnung wie viel eisen dass ich habe den beweis in meiner kacke hier meine ich habe also ich habe den beweis in meiner bitte guck dir mal nachher bitte mal eine aufnahme an ich habe das ja natürlich ne du hast gar kein eisen sicherheitlich eisen leute also ihr könnt das bezeugen ich hatte eisen ich gehe jetzt ganz schön eingeschnappt in diese richtung jetzt geht es um eine eigene mine wo man nicht hunderttausend mal runterfällt und irgend so ein trottel runterkommt und hunderttausende zombie ganze zombie-epidemie runterschleppt seine ganze familie ich bin in meiner eigenen mine sky ich habe meine ruhe ach alter schwede unglaublich du chipsy einmal kommt chipsy vorbei schon sind 20.000 zombies sind daher das ist noch gar nicht einmal falsch gekauft nee also das mache ich jetzt weil ich das so gleich finde ich schreibe ja ich schreibe mich gerne an dingen du verpasst was du verpasst was gut ich habe wieder eisen gefunden das zweite mal mittlerweile weil ich das erste mal durch einmal höher durch eine suboptimale situation vielleicht drauf gegangen bin mehrere male aber hey ich nur das jetzt chipsy gar nicht übel vielleicht welchen dafür mal töten aber nur vielleicht aber nur vielleicht hab ich nie bälle ja oh 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 provozier es nicht provozier es nicht das ist ja ein insider dafür habe ich ne ich sag mal erzader gefunden soo und hier ist sogar wieder kohle das ist ein schlechtes zeichen letztes mal wo ich kohle gefunden habe in der kombination naja wieder mein skelett im haus ich höre es irgendwie ich weiß von dem habe ich mich ganz schnell verpisst und bin ganz schnell von dem weg gegangen ja ich geh jetzt auch erstmal zurück oh die mine ist cool richtig geiler mineneingang ich glaube den verziehe ich gleich mal ja komm das mache ich sogar jetzt schon ich baue hier einfach einen mineneingang hin soo jetzt ist mir das holz ausgegangen jetzt geh ich wieder zurück ja das wars 5 blöcke konnte ich setzen das hat sich gelohnt meine damen und herren die höhle ist jetzt schon viel stabiler ey das wäre geil für minecraft wenn man irgendwie das machen könnte dass die höhle einstürzt das gibt sicher nicht so much aber nicht in der 1.5 ja leider nicht naja gut ich würde sagen haut rein leute bis zur nächsten episode auf jeden fall wir machen uns nächste episode auf jeden fall weiter auf dem weg farmen ein bisschen bauen das schienensystem bauen und so aber ich sag mal so heute ging es eben nicht durch gewisse umstände und naja es hat sich aber schon mal gelohnt denn ich habe schon mal 15 eisendinger wieder und ein bisschen coole das heißt ich geh grad noch hoch setzte das zeug ab wutschi 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 wutsch nice coole und eisenerz sehr schön und damit würde ich sagen haut rein leute bis zum nächsten mal bei der sky hinterlassen abo falls euch gefallen hat ein like und wenn ihr mitmachen wollt dam 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 oben die infokarte draufklicken oder unten in der beschreibung gucken haut rein leute ciao